So meine Freunde, willkommen zu Let's Play with my RPG Ja, ich hab kurz den Sounddialgericht wegen dem Ring sonst aber das doch ein auf die Ordnung Ich werd den Sounddialgericht erwähnen, keine Panik so Yes, you were so too wet, aren't you? Uh, Ja Bitch, man werd vollkommen I'm alright now Sorry There's nothing like a good cry But I was I crying There was some reason. Oh god. My grandpa asked me to buy some things for him here. Went about into town. That clock stopped me. Could you? Oh yeah, he took it from me. He saw my coin. I chased him, but he's way too fast. Mario, let's see how you're going to take care of Bowser. Uh. Oh, he doesn't stand a chance. Wow, you're there, Mario? I know about you. You've got more jump in you than a box of frogs. Okay. I'm Mellow from Deadpool Pond. I'm a frog, but can you believe it? I can't jump. I'm resting, huh? How about it, Mario? Will you help me catch that filthy thief? Sure thing, I'm a little busy. Sure thing, my friend. Yeah. The young frog, Mellow, who doesn't look at all like a frog, Joyce Mario in his quest. Ah. Wie? Uuuuuh. Der Typ kommt mit. Äh, kacke, ey. Oh, ob das so toll wird. Man ist sich nicht sicher. Das wird bestimmt ein In sein. Ja. Noch nicht, ich will erstmal gucken, ob ich hier so ausliegen. Weaponshop oder so was ich jetzt. Ah, Itemshop. Gibt es noch Equipment? Hey, Mellow, what keep you? I was dying to worry. Wait until you hear this, you see. Wait, I've already heard. Oh, Ruxfusius told me. He seems to know everything. Hold on. Listen. The fool for the matter as well. Um, the criminal's stolen. What? Well, if that's the case, I guess he can't wait. What shame, huh? Oh, but there's no need to worry. Mellow here will help us out. That's all. Well, if Mellow is on your team, you will have that coin back in the niffy. What is this? Can I just call him? Not so fast. Take this with you. You'll probably need it. Gonna pick me up. Um, do you have anyone? You know, I hate to admit it, but I love this job. What are you looking for? Bye. Um. How do I ever do a shirt? Pants? Use jump that takes against any foe. Prevents poison damage. So. Pants, you're all on me. Underpin. Uh, der ist ein bisschen teuer. Was soll's? So. Und schon bin ich da, aber so. Ähm, D. Nein, man muss auch, ich geh in die Tasse dann. So. Sure. Wow, das ist gut. Just my pants. Just my pants. That's... But. Moment mal. Hä, was geht's los? Achso. Moment mal. Nein, ich glaub, es hackt. Ich glaub, es hackt. Ich glaub, es hackt. so ein Scheiß ist wohl verarscht oh je Verschwendung, Verschwendung naja, whatever so jetzt kann ich ähm the fuck da 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 minute ich gespät quillitt planning 9 9 9 9 9 so an diese Eben hat dann lass uns mal alia verfolgen in'm Mario! I have something to report, sir. I saw him. He is here somewhere. He just zoomed past me a second ago. Did you see him? Did he look like... Something like this? Why? Yes! Exactly! He is the one who took my coin. Why didn't you stop him? Because I got my bazooka at home. Yeah. Give me a break here. Back here? Back here? Ho ho. You smacks will never catch me. I sliver could out one. You morons later. Ha 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 ha. Alles klar, my friend. Alles klar. That's him! Hey Mario! Let's get him! Alles klar. Was du willst, kumpel? Bennett's way. Hm. Hmm. Schauen wie er nach dem Bus kommt. Jaze! You probably just stashed in the back. Let's snap him! You're trying to tell me? Go on home to mom before you get hurt, kid. Oh, god. I'm going to be in the back. 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 Oh, god. Das war mal eine schlechte Leistung. So. Mann! Irgendwie das Heimphil haben wir noch nicht drauf. Muss ich besser machen. Ah, das wird das Heimphil ist auch so ein Ding. Das fand der Mario einfacher. Na ja. Was soll's? Das ist sowieso keine Chance. Was? Ich, 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 ich. Haha. Okay. Ähm. Wo ist denn der jetzt so? Ist der jetzt ins nächste Gebiet gegangen oder was? Da fuck! Okay. Okay, bam. Du bescheid mal den aus dem Typen, Mann. Wow. Der sieht echt unfreundlich aus, wenn man mag sagen. Aber jetzt hab ich das mit dem Timelanger verstanden. So. The fuck. Oh, Daniel. Zum Glück. Bam. Hihihi. Oh mein Gott. Und du spielst 3. Oh, auch nur ein. Mein Gott. Ey. War schwum. Yes. Was? Alles klar. Wo bist denn du mein Freund? I know you here. Hä? Wo ist er hin? Wirklich schon die nächste Map? Pfff. Specher-Blocker. Warum nicht? Aber wenn man hier nen Specher-Blocker ist. So. Wie viel Zeit haben wir denn schon meine Freunde? Ähm. Okay. Fast ne Minuten. Das ist jetzt nicht so toll. Okay. Mal sehen. So. Ich muss das. Ich muss das. Okay. Warte. Du kannst. Du kannst. So boom. α liquide. Gehenden. Die scrappHieten. Was ist das für Viecher? Zeit. nein okay nein was irgendwelche maschinen anscheinend wird was ist kein nein auch nur wilderfahrung besser aus dem weg gehen da fahr ich komme ich jetzt weg ähm losen hä und leute was ist denn jetzt los und darf viel zu viel genau das ist eine beknackte stelle okay und was für wahrscheinlich die finanzielle die klasse doch nicht ja okay an der Senkung so er hat 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 Harnett die Krise der Fall ist immer noch schwer auszufinden aus meiner Sicht her und man das ist ein aber auch noch mal zu erinnern die Sonne du da war jetzt Kursi Assasin Gumbas das ist eine Sorge Künftig beiget die Klinik das wäre nicht mit die Schöne Wien ist gut die dann aufdauert und was er zu tun er aus meinem Zeichen hier okay Fischer nicht gefährlich so wie viel brauchen denn beide noch status ich bin zu tode das war aber schlecht bamm bamm tot so so jetzt kommt jetzt schon mal HP Rain geht nicht so mach ein bisschen mehr damage das wäre ein bisschen nett danke so jetzt noch mal hat sich schon mal schnell so dass der schmerz tut so geht es nicht so viel schaden aber naja besser ein bisschen schaden als gar kein schaden nein scheiße ob das der Liu hier schafft ihn zu vernichten das funktioniert doch und Mario ich weiß nicht, was ich nehmen soll komm mal, du bist noch stärker ja, wahrscheinlich wird das jetzt nicht so gut sein, weil ich hier aufmache aber, naja was unseres ja in Fehlern lernt, man so ok, was war da hinten, ich will es jetzt noch noch mehr Gegner-MGM, wie viel Teil haben wir jetzt schon oh meine Freunde oh scheiße müssen wir ein bisschen hin machen ja, ein bisschen zacken, ein bisschen zacken, komm schon so schnell, 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 komm schon, tötet sie oh, jetzt war so, ich will es noch los, Mann, töten ah, dankeschön oh, das ist aber der Mensch, la 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 la, so schön ähm, was war jetzt da hinten, ich will es noch wissen oh hä fuck ähm, okay, so, Freunde, im nächsten Part verfolgen wir diesen DIVISION GODIR weiter, was hat ein Klautung, wer denn wir schaffen, ihn einzuholen oder hat sie werfen zu langsam zu beteiligen, Junge bis zum nächsten Mal, tschau